So meine Freunde hier ist euer Zweigast Team wieder da und zwar heute kommt nun eine kleine Folge GTA 5 Online. Diesmal spielen wir mit Max Amor wieder. Es war doch noch bisschen kurz die Spielerlichte. Ich habe sämtliche Renns reingenommen und die Tage wird dann auch noch eine Spielerliste über diesen sogenannten Remix kommen. Ach komm, weil ich es nicht bin werde ich dann in der nächsten Runde umgehen. Und da habe ich gesehen. Und da habe ich das! Wenn das eine Säge ist, muss ich in der nächsten Runde umgehen, wie es in der nächsten Runde und dann von der nächsten Runde ist es, weil ich das nicht bin, wie es in der nächsten Runde ist. Und daします mich. wie kann man hier selbstmord machen ich dachte ich darf nur selbstmord machen abgebremst falls man die ganze spielerliste auf einmal auf video schaffen gibt es noch mal ein teil 2 davon so Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der nächsten Spielerliste könnt ihr ab und zu auch mal mitspielen, ich erste mir fast jeden Tag ein, wenn ich Bock habe oder jede Woche. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das dauert mir jetzt sogar ein. Das ist der Fall aber krass. Nein! Wieder um die Kurve. Das ist der Fall. 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 Da wird mir sein, nein Immer schöne Bewertung da lassen für das Rennen, da war ja erstmal wagen weil ich das Rennen Könnt ihr bei Rockstar Sozialen Club runterladen Keine Bewertung, auch keine Bewertung ist eine Bewertung Was kommt als nächstes? Ich hätte die Idee gehabt aus Remixen auch mal so ein kleines Video zu machen, da könnt ihr euch jetzt schon registrieren und in den Kommentaren schreiben was das wird 2 Runden Max Mach mal halt 2 Runden 1 Runden Max 1 Runden Max 1 Runden Max 1 Runden Max Sind wir gleich bei 50 Runden geworden? Bereit? Gut Ich werde 200 1 Runden Max 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 Nein, ich hätte es ein bisschen müssen. Wer hat die Laterne hier im Weg geparkt? Ich kann kein Auto fahren, ich glaube es auch gleich. Wie kann das denn hier nochmal? Ah, nur gedrückt halten. Dann. 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 was hat er noch was kamal Ich habe den Punkt verkeitsen. Ich habe den Punkt verkeitsen. Das war es wieder komplett. Das habe ich noch. Fünf, vier, drei. Das war es wieder. Das war es wieder nicht lange. Jetzt geht es los. Das ist ein Punkt zu Punkt. Das war es wieder. 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 Das war ein kleiner Scharenrennen. Das wird doch einer der schlichtigsten Spieleristen auf meinem Kanal sein. Das war es wieder. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war es wieder. Vielen Dank. Meine Motorhaube. Meine Motorhaube. Meine Motorhaube. Meine Motorhaube. Ich habe doch ein schlechter Auto genommen. Meine Motorhaube. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hänge hier wieder auf heißen. Das wird doch in die Ruhe gehen, nein. Okay. 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 Der Blitzhaus. Okay. 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 Machen wir gleich hintereinander. Ich habe einen Grund, warum das dann so heißt. Was mache ich? Ich habe einen Grund, warum das so heißt. 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 Und dann. Ich habe einen Grund, warum das so heißt. 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 Kein Glück heute mit den Spiralen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat die Spiralen geschafft Andere Farbe Er hat die Spiralen geschafft Wir sind wieder raus Das Rennen kann eine Herausforderung werden 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 Von Merkz war es kein Problem Der hat es ja geschrieben Hier mit dem ersten Zwung hat er es hingekriegt Die 100 irgendwas Spiralen 104 meint es Das Rennen kann eine Herausforderung werden kann Das Rennen kann eine Herausforderung werden kann wenn man das letzte ich wollte das andere fest auto nehmen sind dass du dich auch mal wieder melde ist ich glaube die spieler lichter kann ich dann wieder löschen das wollte ich gerade sagen nur die schlecht gemacht kannst ja selber max fragen da war meine allererste spielerliste viel viel besser da waren zumindest ein paar gesäude renns dabei und hier weniger und ich habe gerade das falsche auto kennst du im frankenstein auto noch ich habe eigentlich das andere ausgewählt hier und ist das ich muss es mit mir sonst rot fahren ja geht auf 5 auf nicht einfach Irgendwann schon was rücken Dann mal aufs Dach landen Out Ich glaube ich kann auch nicht mehr Auto fahren wieder Besonders nicht mit so einem Auto was ich hab Nichts Okay. Ja, das ist gut. müde nö es hört innen aber der ist noch da all mister und wo ist mein anteil ich will auch meinen anteil haben es ist auch noch meinen anteil heute mit meiner letzten mit meinem schlechten auto was ich gerade habe an der stelle ich helden euch online an ach du willst ja mitfahren genau beim letzten rennen aber ist ja nicht so schlimm entweder das war noch ich aber trotz ich aber trotzdem müde geworden ach nee du hast glück du darfst zwei rennen mitfahren hoffentlich in die letzten zwei mal was besseres hoffentlich in die letzten zwei mal was besseres hoffentlich in die letzten zwei mal was sonst kann ich die spielerliste gleich wieder löstern du meinst mal was schwereres ich habe die über 100 in einem versuch gemacht 104 auch spiralen waren das ja ich habe die alle one shot gemacht alle one shot ja one shot max wie gefällt dir die spielerliste kann man die scheiße oder kann ich halt sag es doch kann man gleich lösen wieder dann ist es nicht das er kommt noch bereit von vor her weißt du soll ich da nennen da ich ja sogar meine andere spielerliste die die erste war besser ist die hey ich wollte den kuruma gerne nehmen was ist das denn hier ich wollte auch ein anderes haben ich habe nur das heißt gepanzerte kuruma ich habe nur das heißt gepanzerte kuruma ich habe nur das ich habe nur das ich habe nur den kuruma grad und der ist gepanzert nein sonst möchte ich das GTA machen Naja, die Rents in dieser Liste sind ja für Mainz zu leicht. Ich weiß wie ich das Video nenne, ich glaube das Video nenne ich die schlechteste Spielerliste vom Jahr, also die schlechteste, die schlechteste Spielerliste der Welt, ne, warte. Die, äh, mh. Naja, mein Kultschul, da gibt doch einfach jetzt Vollgas. Da war, ich glaube das war das Weiteren oder so hier, wo es so komisch runter geht. Okay, das war schon ein bisschen besser. Wieso bremst du es hier ab? Das Auto ist noch ein... Nein, was mache ich hier mit? Was? 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 Ich bin... Warte... Stand... Ich glaube wir machen mal eine Runde. ein verstand dann ich weiß dass das zum spiel ich weiß weiß ja nicht mehr mit einem cool das ist aber kein kontakt ich habe irgend so ein komisches auto gekriegt das war das aber gerade lustig irgendwie ja es ist nicht klar ich mache es nicht klar das ist nicht klar Anhaltung geschafft! Entschuldigung! Und auf kurz zeugen! Mittler! Ich hatte das... 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 Komm mal meine Hand! Ich hab's selber gar nicht gerutscht, dass hier... ...n... Was... Was soll ich von meiner Trottkache halten? Was soll ich von meiner Trottkache halten? Ich hab aber auch nicht gewusst, dass hier ein WoWi drinne war! Ja, ja, ja! Ich hab jetzt schon den Auslass... ... als... ... als... ... als... ... als... ... die... ... als... ... ja... ... ey, es ist so schnell, das Auto wird es so... ... aber... ... ich hab' ich mal zu kurz gedacht, dass du wieder wegwerf? Nein! Es übersteht hier noch! Es übersteht! Ey, ich mach's mir so gut! Vielen Dank.